Das Autohaus Eigenthaler ist ein langjähriges Familienunternehmen mit Standorten in Texing und in Pöchlern. Das Stammhaus in Texing besteht aus der Fortniederlassung, einer Discount-Markentankstelle und einer SB-Waschanlage. Insgesamt 26 Mitarbeiter sorgen sich hier um das Wohl der Autos und seiner Fahrer. Der großzügige Shop- und Castro-Bereich lädt außerdem zu einem kleinen Boxenstopp zwischendurch ein, während Sie Ihrem Auto mit einer Wäsche oder einem Service etwas Gutes tun können. Die Verwaltung, Lohnverrechnung und Buchhaltung beider Standorte wird ebenfalls hier bearbeitet. Geschäftsführer Walter Eigenthaler umreist kurz die Firmengeschichte des Unternehmens. Das Autohaus Eigenthaler ist ein echtes Familienunternehmen mit Tradition. Bei uns zählt absolut noch die Handschlagqualität. Wir haben sehr viele langjährige Mitarbeiter, die bestens geschult auf der Marke Ford sind und echte Profis auf dem Gebiet sind. Im Jahre 1967 hat mein Vater mit der Marke Ford am Standort Texing begonnen. Im Jahr 1997 wurde dann das Autohaus in Pöchlern errichtet als zweiten Standort, wo wir jetzt 2013 unseren Ausstellungsplatz um ein Vielfaches vergrößert haben. Direkt neben der Westautobahn gelegen ist Ford Eigenthaler in Pöchlern nicht nur für Privat, sondern auch für Geschäftskunden gut erreichbar. Die kompetente Beratung und die umfangreiche Ford Modellpalette machen es den Kunden einfach, das passende Auto zu finden. Auf 500 Quadratmeter Ausstellungsfläche präsentieren sich sportliche kompakte und praktische SUVs bis hin zum siebensitzigen Raumwunder. Der besondere Kundenservice von Eigenthaler ist serienmäßig mit dabei und zwar vom Erstkontakt bis zur Auslieferung und darüber hinaus. Bei Ford Eigenthaler sorgen bestens geschulte Mitarbeiter dafür, dass ihnen ihr Auto über viele Jahre so viel Spaß macht wie am ersten Tag. Termin und Preistreue, Qualität und Kundenfreundlichkeit sind dabei selbstverständlich. Im Werkstättenbereich kümmert man sich nicht nur um Wartung und Inspektion, sondern auch um größere Reparaturen an Fahrwerk und Bremsen bis hin zu aufwendigen Karosseriearbeiten und der Neulackierung ihres Autos. Kein Wagen verlässt die Werkstatt ohne die Endkontrolle durch den Kfz-Meister und damit ist ihr Auto wieder fit für viele tausend Kilometer. Auch die zukünftigen Ziele von Ford Eigenthaler sind klar definiert. Weiterhin guter Partner für die Kunden zu sein, denn es ist uns bewusst, dass der Kunde das Wichtigste ist, dass auch wir unsere tägliche Arbeit fortsetzen können. Nähere Informationen über das Fahrzeug und das Leistungsangebot von Ford Eigenthaler finden Sie ganz einfach online unter eigenthaler.at oder vor Ort in Texing und in Pöchlern.